Penguin Village Kommt jetzt Cola, man Oh stimmt, da muss man wieder Kreis drücken bei dieser Dann scheiße Wow, jetzt sehen die gar nicht mehr aus Na ah, bleibt na ah Ich finde, wenn Dragon Ball Heroes Bardock sind Ist krass Ich finde ihn mehr als Time Breaker Bardock Sowieso Ja, warte, Time Breaker Bardock ist Senor ist doch der Bardock Ding Der Dragon Ball Heroes Bardock Ja, so Ding ist da Jedoch Senor ist zumindest meine ich Ja, aber der Helix kommt ja ursprünglich aus Strangler Heroes Ja, schon Trotzdem hab ich Ich weiß nicht, was er schon viel probiert hat Auch sagen wir mal so, man muss sein Ich sehe nichts Nein, 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 nein Nein, 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 nein Ich hab die falsche Attacke gemacht Weil ich so aufgeregt war, dass du den AIDer Animation machst Da dachte ich, warte ich mal ganz kurz Nein Wieso wird es nicht die abwehren? Ja, stimmt, diesmal Haben sie aber auch gut gemacht Das wäre die Attacke gegen Remember Ich hab noch keine Ahnung Ich hab noch keine Ahnung Okay, dann gehe ich Ich hab mich auf Mit Jacke Ja, lass mich Ich hab wenigstens Style Ich hab was gemacht hast, aber gut Ich 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 Ja, das habe ich mir gerade auch erst gedacht. Ich werde dir wünschen, dass du so eine fresh Jacke wie ich... Alfie ist schon, was geht? Du hast den Klapp schon mal hier. Oh, jetzt aber. Wenn meine Jacke gleich weg ist, gibt es Schläge. Komm her, komm her. Ich will jetzt nicht mehr hochkommen. Okay, ich muss auch noch was für den Grimper. Oh, jetzt habe ich aber Angst, Alter. Ich denke, du hast irgendeine Chance. Oh, scheiße. Wir haben ja nicht mehr zu viel Effekte dabei. Du kannst doch von hinten auswirken. Den Boss bin. Fakt jetzt. Und ein neuer Fußballspieler. Bam. Nicht so ernst, dass er das auch hat. Ich hätte dir gesagt, es gibt Drache. Ich hätte dir gesagt, es gibt Drache. Nein. Aber jetzt haben wir es gleich. Ne. Mach mal. Wow. Dann halt so. Oh. So ist ein Online-Modus. Na, wir spielen über Parsec. Ich wollte mir gerade am Auge kratzen und er greift dann nicht sofort an. Oh, ich mache dir den Pupui. Okay. Parsec ist Programm für PC. Ich bin dran. Ja. Ich hätte schwinden. Ich hätte rasen sollen. Oh, oh. Na, ich packe mich, dass es trifft. Oh, oh. Oh, oh. Ich packe mich, dass es trifft. Ja. Äh. Donnerbären mit schweren und duiz. Ja. 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 Deine Entfaltung. Wann darf ich? Mamma mia. Geht doch. Kannst du mehr erklären? Ja. Haha. Nein, über Farcec verlockt er. Könnte ich auch, aber nicht mehr zuvor. Das ist dein Streaming. Vielleicht nach der Runde. Super Saiyan hat viel gebracht. Wie sagt man lieber Arm dran als Arm ab? Wie sagt man das? Glaub ich. Also, Farcec ist ein Programm mit PC. Da musst du dich einloggen. Da hast du einen Link. Den schickst du deinen Kumpel, mit dem du das zocken möchtest. Und dann kann er das annehmen. Und dann könnt ihr zusammen zocken. Das ist Farcec. Ach ja. Äh. Nichts. Ich hab's auch vergessen. Günter Hö expanding mit dem Kurs ist anders. Sam. Auch so. ok 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 stimmt du hast es ja la guckung im team ok 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 oh oh niemals oh god ich werde dann komplett oh 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 hat allerdings gebracht er kam ja sieht auch richtig cool aus wenn es treffen würde wenn es treffen würde weißt du wie das ne ne den kannte ich doch oh ich hab's geschafft oh nice ah diese musik beim kampf von goten und trunks die war nice ich sag mal wie geil trunks und goten waren am anfang buhssaga beziehungsweise in der buhssaga ja mittlerweile einfach schlechte goten verschnitte ja das 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 das